Das nächste Lied ist nämlich für einen Typen, den ich damals nie das Wasser reichen konnte, aber jetzt kann ich es, aber jetzt treffe ich ihn bloß nicht mehr. Bernd das Schwein. Okay, dafür muss ich Oboa einstellen. Jetzt kommt Studentinnen und Studenten Oboa. Jetzt sind die Keder aufgefallen, die haben schon zu viel geknauscht. Schon mein Kind, weil es keiner mit dir spielt. Ich steig jetzt nach der Brühe und Sprüche. Hier grüßt der Fein. Was wär das Schwein? Mit seinen Schlägerkopf. Doch jetzt ist die Kederkose. Der wäre so feierabschon. Der wäre so feierabschon. Und jetzt ist die Kederkasse. Und jetzt ist die Kederkasse. Doch jetzt ist die Kederkose. Der wäre so feierabschon. Und jetzt ist die Kederkasse. Und mich hat Lederkasse. Und Mary, sieh sich denn die Menschen überarbeitet auf. Die Ecke ist auf die Sammeln. Sie laufen sich verträgt. Der Süßes verteilt. Und die Brühe ausgelacht. Sie hat so viel geklaut. Und so wenig geschärft hat. Ich trau't, schu'n mit Kausch. Und das hat alles gepasst. Und jetzt ist die Kederkasse. Und der wäre so feierabschon. Ja So, jetzt kommt unser altes, gut bewährtes Roboratten-Lied. So, jetzt kommt unser altes. 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 mit der Verbrennung, wenn ich sie her mit Mannheim, wenn ichすご much more do mit der Verbrennung, wenn ich sie her mit der Verbrennung, wenn ich sie her mit Mannheim, wenn ich sie her mit Mannheim, ich weiß nicht mehr Jawoll! Danke. So, wir kommen zu den letzten drei oder ... nee, zu den letzten vier Liedern. Bisschen da tauschen? Das ist für die Omis dieser Welt, die Spießer sind, die an ihren Fensterbänken hängen und alles beobachten, was überhaupt geht. Musik Alle bleiben weiter! Das ist stark! Ich bin ein Mann! Da noch zwei. Polonesen dran. Drei. Verkaufte T-Shirts. Und CDs? Hast du T-Shirts oder CDs? CDs sind in so 2000. Ne, wir haben Platten. Kann ich dein T-Shirt kaufen? Eingeschwitzt oder noch mal gewaschen? Eingeschwitzt. Ne, sorry. Du hast es gewaschen. Schade. Kühlschrankmagnet! Oh, das wäre richtig. Ich glaube, ich interessiert mich jetzt. Keine Art, Marc! Das ist aber auch schlecht geschrieben hier. Polonesen dran kommt jetzt. Krass doch. Polonesen. Okay. Polonesen. Eingeschwitzt! Einfach auf! Eingeschwitzt! Eingeschwitzt! Aus der Reine! Keine Art. Eingeschwitzt! Eingeschwitzt! Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Freu, freu, happy, 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 joy, joy. Freu, 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 freu. Freu, 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 freu. Non, 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 non Oh, Goddammit! Oh, you're the best man, you're the best man. You're the best man, you're the best man. I've got nothing to do. Hey! Nevermind, dammit! Don't, 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 don't! Oh, Goddammit! Oh, Goddammit! Oh, Goddammit! Oh, Goddammit! Oh, Goddammit! Oh, Goddammit! Vielen Dank! Kommen wir auch zum letzten Lied. Soll ich nochmal die Ansage machen? Ja, mach mal, dann kann ich mal Pause machen. Achter Typ! Das nächste Lied ist für einen Typen, der bei mir im Block wohnt, den ich immer so beobachtet habe und der halt original aussieht, als wenn er aus so einem 80er-Jahre-Film kommt. Achter Typ! Er hat so einen super engen weißen T-Shirt an. Der wohnt gar nicht mehr an dem Block. Wo er sich die Kippenschachteln so in den Ärmel schiebt. Und hat so eine leichte fucke Healer, einen kleinen Ohrring, enge Jeans an. Ja, und er stellt sich, ich habe jetzt herausgefunden, dass er sich tatsächlich immer nur an die Bushaltestelle stellt, um zu rauchen und Leute zu beobachten, wenn er nach einer halben Stunde wieder reingeht. Das fand ich auch ziemlich sympathisch. Das nächste Lied heißt 80er-Typ. Juhu! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Ja, okay, ein einziges machen wir noch. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt können wir jetzt nicht mehr. Welches ist denn? Ach, das ist doch langweilig. Roborat ist doch langweilig. Roborat ist doch langweilig. Wieser, kannst du das doch spielen? Was? Oh nein, oh Mann. Roborat! Ach so. Ja! Das war jetzt so ein peinlicher, langer Übergang. Das war jetzt so ein peinlicher, langer Übergang. Ja, ein peinlicher, langer Übergang. Freunde, nicht so lange! Hallo, good bye, wir sind die Toilets. Das letzte Lied heißt Roborat. Ich schloss und meckern rum. Ich mach mit drei, drei Rumpf. Ich brauch feiner Roborat. Ich hab mit drei, keine Platte. Nein! Keine Platte? Nein! Keine Platte? Ich bin los, genau. Ich trinke, weil ich hab's auch rein. Roborat. Wer bist du? Nächster D. Wir haben dich jetzt mal in Ruhe. Roborat. Neun, neun. Karte Platte? Ich hab's ja wohl allein. Alter, bin ich jetzt allein. Roborat. Wir waren in Gefängn. Roborat. Ich geh in Gefängn. Ich geh nicht, dass du wärst. Ich hab's ja auch nicht. Ich hab's ja auch nicht. Ja. Ich hab's ja auch nicht- Wenn ihr letztendlich geloogt habt, weiß ich auch nicht. Danke, ciao. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo Vielen Dank.